Hallo, seid gegrüßt. Was glaubt ihr, was geboten ist? 7.06.2021. Wir eröffnen heute innen und außen. Wir haben schon zwei Tage im Außenbereich unter strömenden Regen hinter uns. Die Leute sitzen unter den Schirmen. Das spielt gar keine Rolle. Wir freuen uns auf euch. Wir sind alle voller Euphorie. Ich denke, es wird uns alle gut tun, wenn wir jetzt wieder beinand sind. Wir können heute nicht zu ausführlich werden. Im Laufe der Woche wird man noch mal hinterherlegen. Jetzt starten wir. Wir sind bereit. Alle Hygienemaßnahmen, auch wenn wir wieder super Zahlen haben, werden eingehalten. Ich spreche jetzt ohne Maske. Kommt, wir freuen uns. 7.06.2021. Wir starten wieder. Bis dann.